Im Winter heißt es dick einpacken. Neben den kalten Temperaturen bringt er auch gerne Schnupfnasen, kalte Finger und Füße mit sich. Umso wichtiger, dass es in den eigenen vier Wänden wohlig warm ist. Und dafür sorgt das Heizkraftwerk Salzburg-Mitte. Wir hier in der Fernwärmeabteilung kümmern uns quasi um die Produktion der Fernwärme, das heißt um die Erzeugung der Fernwärme und auch um die Verteilung dieser Fernwärme. Und wir machen das Ganze an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Mit unseren 70 Mitarbeitern, wir leben das. Wir leben die Fernwärme hier. Und durch das, dass wir ein stark wachsender Bereich sind, suchen wir laufend Verstärkung hier. Das Heizkraftwerk Mitte versorgt 33.000 Kundinnen und Kunden mit Fernwärme. Hier arbeiten die Kraftwerkstechnikerinnen und Kraftwerkstechniker tagtäglich an der Versorgungssicherheit. Ich bin der Christopher Zauner, bin 34 Jahre alt und bin seit 13 Jahren Kraftwerkstechniker bei der Salzburger G. Dieser Job garantiert einen abwechslungsreichen, spannenden und herausfordernden Arbeitsalltag. Wir beginnen eigentlich unseren Schichtdienst mit der Schichtübergabe. Da wird besprochen, was in der Vorschicht passiert ist. Und ansonsten sind wir für die Betriebsführung, für unsere Kraftwerksanlagen und für Fernwärme zuständig. Man braucht bei uns ein großes elektrisches, mechanisches sowie hydraulisches Hintergrundwissen, damit du das den Berufsarger zu mir überhaupt ausführen kannst. Klimafreundlich, energieeffizient und komfortabel. 1955 handelte es sich um ein 7,5 Kilometer langes Fernwärmenetz. Heute misst das Ganze 235 Kilometer in der Stadt Salzburg. Diese Wärme, die in Kraftwerk hier erzeugt wird, die wird über ein Rohrleitungssystem zu den Haushalten transportiert. Und der Vorteil, warum macht man denn das, warum wird nicht einzeln in den Haushalten geheizt, sondern hier zentral an großen Standorten. Und der Vorteil liegt darin, dass in Großkraftwerken, so wie hier, dass man das viel effizienter und umweltschonender, diese Wärme produzieren kann. Wir haben einfach einen sehr abwechslungsreichen und herausfordernden Job, weil wir ja nicht nur für die Betriebsführung zuständig sind, sondern genauso für die Reparatur und Instandhaltung unserer Kraftwerksanlagen. Das Heizkraftwerk Salzburg-Mitte leistet einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit der Stadt Salzburg. Wir in der Abteilung sind zuständig für die Wärmeversorgung der Stadt Salzburg. Und wir bieten als Arbeitgeber einen sehr abwechslungsreichen Job und einen sehr sinnvollen. Das heißt, jeder Mitarbeiter hier trägt dazu bei, dass die Stadt Salzburg mit Wärme versorgt wird. Wenn auch Sie Interesse an einem Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at www.salzburg-ag.at Wirали Stahl-ag.at